Moin Magic Soul, du hast solche Zweifel, mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen, ob er es wirklich schafft, sich für dich zu entscheiden, weil er verheiratet ist oder vergeben. Vielleicht seid ihr auch gerade frisch zusammengekommen und da sind trotzdem noch so viele Zweifel. Die Wahrheit über eure Zweifel, die erfährst du jetzt und wir wollen es natürlich anschauen, was du konkret tun kannst, damit es dir besser geht. Ja, all das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Sanett und Isi, meine Seele live aus Kapstadt, wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, ich kenne das nur zu gut. Ich weiß noch damals, 2010, als mir Lutz seine Liebe gestand, war ich hin- und hergerissen, denn er war verheiratet. Und ein verheirateter Mann war für mich immer tabu gewesen. Aber auf der anderen Seite, du weißt, wie magisch anziehen, die Seelenpartner sein können, war ich natürlich auch total neugierig und wollte wissen, hey, was ist da passiert, was ist da los. So, und ich weiß noch, wie ich mit mir gekämpft habe, ob ich mich überhaupt auf das erste Date einlassen sollte, was ja eigentlich erstmal nur ein Treffen war, um zu schauen, was ist da los und wie wollen wir damit umgehen. Und ich habe dann so ganz tief in mich reingespürt, ob ich es tun soll oder nicht. Und da war eine Klarheit da. Und ich weiß auch, meine Freundin hat zu mir gesagt, vielleicht ist das Mr. Right. Und ja, letztendlich habe ich mich darauf eingelassen. Und das Spannende, was ich finde, ist gerade eben auch bei den Zweifeln, dass sie auch ein Türöffner sein können, eine Chance für etwas Neues. Zwei. Ich dadurch natürlich mein altes Tabuthema sozusagen in Frage gestellt habe und mich für etwas Neues geöffnet habe. Und du weißt ja auch, ich meine, die Seelen nehmen ja keine Rücksicht darauf, welche Umstände, in welchen Umständen wir uns befinden als Seelenpartner, ob verheiratet oder nicht oder auf verschiedenen Kontinenten leben. Weil das ein wichtiger Teil der Seelenpartnerschaft ist, beziehungsweise Seelenpartner Dualseelenprozesses auch. Natürlich gibt es das auch anders, ganz klar, die haben dann andere Themen. Aber es ist oftmals so, dass das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt wird, weil wir für uns erleben sollen, wie kraftvoll und machtvoll diese wahrhaftige Liebe ist, die nämlich keine Tabus kennt. Und das finde ich nämlich mega spannend. So, also wir hatten dieses erste Date und wie du mir vorstellen konntest, war das magisch. Das war natürlich obercool. Wir hatten so tolle Gespräche. Wir waren uns so einig in so vielen Dingen, wo du sagst, hä, so denkst du auch. Und wir hatten so gleiche Vorstellungen auch vom Leben und so. Oh, das war einfach so cool gewesen, dass ich gesagt habe, ich war nämlich noch zwei Monate in Hamburg. Okay, ich bin noch zwei Monate hier, bevor ich wieder nach Kapstadt gegangen bin. Lass uns erst versuchen. Lass uns kennenlernen. Und dann können wir final entscheiden, ob wir miteinander gehen wollen oder nicht sozusagen. Aber eigentlich war schon klar, dass wir miteinander gehen wollen. Darum hatte ich wahrscheinlich auch so eine Angst gehabt, überhaupt mich auf dieses Date einzulassen, weil ich irgendwo schon innen drin in mir wusste, er ist es. Und da wird nichts mehr sein, wie es mal war. So, was mir aber auch ganz wichtig war und das hatte ich gleich beim ersten Date sozusagen klar gemacht. Da bin ich heute wirklich noch im Nachhinein ganz, ganz froh darüber und ganz dankbar, dass ich mich schon so sehr auf diese Seelenpartnerschaft vorbereitet hatte. Dass ich genau wusste, was mein Wert ist, dass ich genau wusste, was ich wollte und auch genau wusste, was ich nicht wollte. Nämlich eine Geliebte sein, weil ich mag nicht irgendwas werden, was ich nicht selbst bestimme. Und so habe ich das eben auch klar gemacht und habe ihm auch einen gewissen Zeitrahmen gegeben, wo er für sich eben letztendlich, auch wenn wir uns jetzt entscheiden nach diesen zwei Monaten so, oder auch eben schon vorher, dass er relativ schnell entscheiden muss und das eben auch klären muss. So, und ich wusste auch, es gibt so eine psychologische Grenze, wo man so weiß, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit. Und ich wollte, wie gesagt, keine Gewohnheit werden, sondern ich wollte, dass er sich wirklich für mich entscheidet. Was ich allerdings überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, war, wie sehr er doch das Ganze noch in Frage stellen würde. Ich meine, war das doch so magisch und war es doch so klar? Und ich meine, war er doch derjenige gewesen, der gekommen ist und hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und sagt, hey, und du bist meine Frau und all diese ganzen Sachen. Nein, ich habe natürlich, ist ganz klar, ich habe es natürlich auf der anderen Seite auch verstehen können. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, du bist eben lange Jahre verheiratet und auf einmal sollst du alles stehen und liegen lassen, sozusagen für eine neue Frau, die auch noch aus Südafrika kommt, die du noch gar nicht richtig kennst, wo dir aber dein Gefühl sagt, das ist die richtige Frau. Es ist neu und es ist anders, diese Seelenpartnerschaft. Und da kann ich natürlich total verstehen, dass da eben auch noch der ein oder andere eben total rumeiert und eben auch nicht so genau weiß, ist das jetzt richtig oder nicht. Weil wir wollen auch keine Fehler machen und vor allen Dingen wollen wir niemanden verletzen. Aber das wäre ja eben in seinem Fall so gewesen. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte er sich damals für sein altes Leben entschieden, dann hätte ich ihn losgelassen. Hätte mir das wehgetan, ganz klar. Aber ich wusste dann auch schon, das ist er. Und ich wusste, das ist so klar, dass wir zusammengehören, weil das tun eben Seelenpartner, da habe ich schon oft drüber gesprochen. Und ich wusste, wenn er es jetzt noch nicht schafft, dann wird er es zu einem späteren Zeitpunkt schaffen. Das war für mich so klar, dass ich natürlich auch schon viel relaxter, sage ich mal, damit umgehen konnte. Aber hatte ich natürlich auch Zweifel dann auf einmal, dass er es schafft? Natürlich, weil wenn der eine unsicher ist, wird der andere auch unsicher. Ich meine, das kennst du selbst. So, und als er sich dann offiziell zu mir bekannt hat, da war ich ja dann wieder in Kapstadt. Und das hat er wirklich relativ schnell gemacht. Das finde ich auch gut. Und weißt du, für mich ist, ich bin so ein Mensch, der ist immer so straight. Also ich regle immer Dinge sofort und ich nehme auch alle Konsequenzen in Kauf. Und für mich war das erst mal neu und das fand ich eben auch spannend zu erleben, dass der andere ja ganz anders mit den Dingen umgeht. Und das ist nämlich auch ganz cool. Bei einer Seelenpartnerschaft fällt mir jetzt gerade ein, ob ich das jetzt nochmal ein, wirklich auch nochmal nicht immer sein eigenes Ding darüber stülpen zu wollen, wie der andere irgendwas machen soll. Weil das ist ja eher das alte Beziehungsmodell, was, wie wir ja wissen, nicht immer so erfolgsgekrönt war. Sondern, dass es wirklich darum geht, einfach auch den anderen machen zu lassen. Und da ist eben zum Beispiel auch bei uns Mädels, dass wir uns oft einmischen, oft in seine Energie gehen und dann wollen wir irgendwie was regeln. Nee, raus. Lass ihn Kerl sein. Die machen das schon auf ihre Art und Weise. Wir können ja mal Lutz fragen, was er dazu sagt. Lutz, was sagst du dazu? Genau. Genau. So, wie gesagt, ich war dann, ich war dann wieder in Kapstadt. Er hatte sich offiziell zu mir bekannt und dann kamen einfach neue Zweifel. Und dann ging das weiter mit den Zweifeln. Er hat, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, welche Bombe er da gezündet hatte. Denn er hat auf einmal kein Zuhause mehr. Er hat jemandem ganz doll wehgetan. Und da waren natürlich auch ganz viele Einmischer da. Ja, natürlich, wie kannst du nun all diese ganzen Sachen, Verwandte, Familie, Bekannte, Freunde, alle, die natürlich auf einmal etwas dazu sagen und ja, natürlich da eben auch alles wieder in Frage gestellt. War das richtig, was ich gemacht habe? Und du weißt auch, unsere Psyche spielt uns da gerne auch einen Streich, dass wir all das, warum wir überhaupt die Veränderung gemacht haben, vergessen, sondern uns nur an die schönen Dinge erinnern. Ach, wie war das doch so herrlich. Das kennst du auch. So, also er hatte da ganz schön mit sich zu kämpfen. Und was du auch nicht vergessen darfst, auch als Verlasser oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte, hast du auch eine Trauerphase. Und die ist dann eben auch eingeläutet gewesen. So, das heißt, ich in Südafrika, so, oh, was soll ich jetzt machen? Ich habe natürlich alles Mögliche versucht, ihn eben von dort eben auch zu supporten und ihm eben auch die Kraft und die Stärke zu geben und auch den Glauben an uns, dass das alles richtig war. Und auch mir tat sich dann eine neue Chance auf, einfach nochmal neu damit umzugehen, nämlich wirklich aus der Liebe heraus ihn zu supporten, nämlich an ihn zu glauben, ihm die Kraft und die Stärke zu geben. Und das können Seelenpartner. Und das ist mega cool, wenn du das für dich letztendlich auch erleben kannst, wenn du das für dich nutzen kannst, wenn du das für dich entdecken kannst. Weil dann ist der Ego raus. Dann bist du in der Liebe, dann bist du in deiner Fülle und dann bist du in deiner Kraft. Und dann kannst du ihn auch richtig supporten, dass er eben auch wirklich diese Phase übersteht. Okay, warum haben wir nur diese Zweifel? Und was ist die Wahrheit unserer Zweifel? Zum einen, wie ich ja schon anfangs beschrieben hatte, können Zweifel auch eine Chance sein, ein Türöffner, dass wir uns für etwas Neues öffnen und etwas Altes, vielleicht alte Prinzipien, Gedanken, Glaubensmuster oder was wir auch haben, wirklich einfach neu überdenken. Dass wir uns, wie gesagt, für etwas Neues öffnen können. Und es ist ja auch ganz spannend mal zu schauen, warum hast du diese Zweifel? Woher kommen diese Zweifel? Was zweifelst du an? Zweifel sind nämlich auch ein hervorragender Wegweiser, ein Wegweiser, der dir zeigt, was jetzt geheilt werden darf. Und wenn wir uns das jetzt mal beim Seelenpartner-Dualseelenprozess anschauen, was triggert er dir denn? Du weißt doch, dein Seelenpartner ist der Weg zu dir und ist der beste Spiegel, den du dir mit vorstellen kannst, sozusagen. Was triggert er dir? Warum bin ich es nicht wert, dass er sich für mich entscheidet? Bin ich denn wirklich nicht so liebenswert? Warum bin ich immer nur Nummer zwei und nicht seine Nummer eins? Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, schaust dir gerne nochmal an. Warum habe ich nur immer so ein Pech? Warum habe ich nur immer so ein Pech in der Liebe? Ich finde immer nur den Falschen. Jetzt ist es doch mein Seelenpartner. Jetzt müsste es doch klappen. Warum haut es wieder nicht hin? Also was passiert? Deine alten Selbstwertwunden brechen auf. Um sie zu heilen. Mit allen Verlustängsten, mit allem, was dazugehört, entstanden aus deiner Kindheit. Ist das nicht toll, dass du dir jetzt endlich heilen darfst? Dass dir dein Seelenpartner dabei hilft, dass diese Zweifel überhaupt entstehen und dass du diesen Wegweiser für dich entdecken kannst? Denn worum geht es denn jetzt? Dich nicht mehr limitieren zu lassen. Deinen Wert zu erkennen, dass du jetzt endlich heilen darfst. Dass du dich befreien darfst von all diesen Limitierungen, die du hattest. Und von all diesen Ängsten und Sorgen, die du schon so viele Jahre mit dir rumgeschleppt hast. Du weißt ja, jetzt darfst du den Rucksack auspacken. Denn für eure erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft ist das ganz, ganz wichtig. Das ist die Basis dazu, eben auch in deine Selbstliebe zu geben, deinen Selbstwert zu erkennen und dich auch selbst zu ermächtigen. Denn dein Seelenpartner ist nicht mehr dafür da, die Lücke zu schließen, was ja vorher im Altbeziehungsmodell war, wo wir immer dachten, der andere muss das machen. Nein, sondern das ist jetzt deine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, dir dabei zu helfen, das letztendlich für dich zu erkennen, weil nur du kannst diese Lücke schließen. Das kann der nicht. Und du weißt, eine Seelenpartnerschaft ist ganz anders aufgebaut. Dazu habe ich auch nochmal ein Video gemacht. Schaust dir gerne an. Und auch hier wieder haben die Seelen geschickt eingefädelt, dass wir es endlich machen können. So, das heißt, also was macht er? Dein Seelenpartner spiegelt dir genau den Mangeln wieder, wie gesagt, die Lücke, die du jetzt schließen sollst. Macht er das mit Absicht? Jedenfalls nicht bewusst, aber es gehört zu seiner Aufgabe als Seelenpartner. Und spiegelst du ihm auch etwas, darf er auch etwas durch dich lernen, darf er auch etwas durch dich heilen? Na klar, ich meine, Seelenpartner sind gegenseitige Spiegel und er hat eben ein anderes Thema, als du vielleicht hast. Das ist ja auch immer total unterschiedlich. Vielleicht ist es jetzt bei ihm, weil er eben in der Rolle ist, da eben eine Entscheidung zu treffen, wirklich mal für sein Glück einzustehen, sich zu trauen. Ich meine, das sind ja so viele unterschiedliche Dinge, die wir einfach erlebt haben. Und jeder ist da ja auch ganz, ganz individuell. Aber wirklich, jeder Seelenpartner hat seine Aufgabe, hat seinen Part und auch seinen Part zu heilen, sich mit seinen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht sagst du ja an dir, das macht er aber nicht. Dann wird er das aber irgendwann müssen oder dürfen, weil dafür ist die Seelenpartnerschaft da. Und nur, weil ihr jetzt vielleicht da noch nicht so zusammen seid und weil da diese Zweifel im Raum stehen, heißt es nicht, dass er nie zusammenkommt. Du weißt, es ist ein Prozess. Und je nachdem, wie weit ihr seid, desto schneller kann dieser Prozess natürlich auch zu Ende gehen und ihr eben auch zusammenkommen. Ganz klar. Aber ich sage dir auch, einer muss ja mal anfangen. Und wenn du das in diesem Falle bist, dann bist du das in diesem Falle. Und du tust es doch für dein Leben. Das ist ja nichts Negatives, sondern das ist ja etwas Positives, was du für dein Leben tust. Und wenn er dir das getriggert hat und er da der Spiegel ist, dass du jetzt endlich mal hinguckst, wie cool ist denn das, oder? Tut es weh? Ja. Aber manchmal weißt du, es muss etwas wehtun, bevor wir überhaupt ins Handeln kommen. Und was eben auch toll ist, wenn du dich damit auseinandersetzt, ist, dass du deinen Fokus veränderst. Nämlich nicht den Fokus die ganze Zeit auf ihn hast. Das hat er nicht, das kann er nicht, das hat er schon wieder nicht. Und er tut mir weh. Du weißt aus Mangel, was ziehst du an, immer mehr davon. Das wird immer schlimmer und es verlangsamt euer Zusammenkommen. Wenn du dich aber entscheidest, sagst, okay, ich sehe das mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich hole mich mal raus aus diesem, wir sind ja oft mit den Tollklappen unterwegs als Menschen. Ich hole mich mal raus und sehe mal diese Faszination, was ich alles lernen darf, wofür diese Seelenpartnerschaft auch da ist. Nämlich zu heilen und wirklich auch in seiner Selbstliebe zu sein, um diese wundervolle Liebe auch noch mehr zu entfachen. Und seiner Selbstverantwortung, all diese tollen Dinge, die einfach dabei sind und auch mutig sein. Und bekommt das Ganze eine neue Energie, eine neue Dimension und du wirst auch ganz anders damit umgehen können. Weil dann wirst du, wie gesagt, aus der Fülle Entscheidungen treffen und auch etwas ganz anderes anziehen. Weil du wirst den Fokus auch auf dich richten. Weil wo fängt die Veränderung an, die du dir im Außen wünschst? In dir. Ja, also nutze doch die Zweifel als Wegweiser. Schau dir an, die zeigen dir genau, wo deine Themen sind. Das ist ja das Megacoole. Guck dir genau an, das ist mein Thema. Verlustangst oder ich trau ihm nicht. Traust du denn dir? Er spiegelt dir. Bist du schon deine Nummer eins? All diese ganzen Dinge, die da eben getriggert und gespiegelt werden, das ist Megacool. Guck dir genau an, was da ist und du weißt, woran du arbeiten kannst, woran du heilen darfst. Ist das nicht schön? Du tust dir was richtig Gutes damit. Und wie gesagt, das ist für dein ganzes Leben, das ist nicht nur auf diese Seelenpartnerschaften schränkt. Weil wenn du einen Selbstwertmangel hast, hast du den in allen Bereichen nicht nur da. Und das Ding ist ja auch, wenn du nicht aufhörst, den Fokus immer auf das zu richten, was nicht ist, dass ihr noch nicht zusammen seid, wie weh das tut und all diese ganzen Sachen, signalisierst du dem Universum, dass du noch nicht bereit bist. Weil alles geschieht durch dich, was du anziehst. Das heißt, euer Zusammenkommen wird verzögert. Und was würde deine Seele also damit sagen? Richte den Fokus auf dich, mach deine Inner Work, damit du gestärkt in diese Seelenpartnerschaft gehen kannst, damit du sie auch genießen kannst. Weil wenn du immer noch mit diesen ganzen Zweifeln da reingehst, mit deinen ganzen Ängsten und Selbstwertwunden und so weiter, dann wirst du immer noch nicht glauben, wenn ihr dann zusammen seid, dass er dich wirklich liebt, wenn er vielleicht dann mal etwas anderes macht, wie auch immer. Dann kommen immer wieder die Zweifel hoch, weil die verfolgen dich. Die werden immer bei dir bleiben, bis du sie verabschiedest, bis du sie loslässt, bis du sie transformierst. Und das ist genauso auch bei ihnen. Und sie gibt dir eben auch die Chance, wenn du dir erlaubst, das neu zu betrachten, wirklich in eine neue Perspektive zu gehen, dass du auch wirklich wahrhaftig lieben kannst. Weil wenn du immer im Ego bist und im Mangel bist, funktioniert das nicht, sondern du musst dich erheben, um diese neue, wahrhaftige Liebe auch leben zu können, die völlig neu und anders ist. Und das ist eben auch die Chance, Dinge auch mal anders zu sehen, nicht nur aus deiner Perspektive, sondern auch aus seiner Perspektive. Und das finde ich mega spannend, wenn du dir das erlaubst, weil da bekommst du ganz neue Erkenntnisse und verstehst auch viel besser, wie du eben auch mit euch umgehen kannst, beziehungsweise was ihr eben auch beide braucht oder was du brauchst und was er braucht, um eben auch besser mit dieser ganzen Situation umzugehen. Weil du kannst auch viel relaxter sein, du kannst viel mehr in deiner Kraft und Energie sein. Das ist mega cool. Und vor allen Dingen, dass du auch viel mehr in dein Vertrauen gehst. Vertrau deiner Seele. Du weißt, deine Seele ist on a mission. Und wenn die on a mission ist, dann schafft die das auch. Es gilt eben jetzt darum, dass du eben deinen Beitrag dazu... Weißt du, wie ich finde, es ist eine Mega-Chance, die uns da geboten wird. Also, was kannst du konkret tun? Haben wir eben schon darüber gesprochen, dass du deine Inner Work machst. Dass du also wirklich in deine Selbstermächtigung gehst, in deine Selbstliebe. Das mache ich zum Beispiel mit meinen Kunden in meiner Selbstermächtigungssession. Das ist mega was da. Was das für eine Transformation ist. Nach dieser Session hast du wirklich eine völlig neue ID. Du wirst zu einer völlig neuen Version von dir, die ganz neu und anders eben mit diesen herausfordernden Situationen umgehen kann. Weil wir an die Quelle gegangen sind, an die Wurzel sozusagen, weil wir das verändert haben. Und da kommst du in eine ganz andere Energie. Und du hast ein ganz anderes Wissen und eine ganz andere Weisheit, die du jetzt eben für dich nutzen kannst, um eben Dinge auch zu regeln. Und in einem Channeling können wir natürlich auch mal schauen, was ist da los? Was wird da gerade gebraucht, um da einfach Klarheit zu bekommen? Und was ich auch mal gerne mache, das ist immer so ein kleiner Trick von mir, ist, wenn mich mal wieder so alles überfällt, dass ich einfach einen Moment mal innerhalb sage, Moment mal, Stopp! Okay, Zweifel, Gedanke oder was da auch gerade ist. Eine Minute kriegst du jetzt vollste Aufmerksamkeit von mir. Also, was ist los? Und manchmal verpieseln sie sich dann auch schon wieder, weil sie eigentlich gar nicht so wichtig waren. Oder wenn sie wichtig sind, ist ganz klar, gehe ich dem natürlich nach. Aber du wirst merken, das bringt mega Spaß, weil du, wie gesagt, dann dir die Macht zurückholst. Was auch wichtig ist, weiß ja mein Mantra, alles geschieht zu deinem Besten, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst und zur richtigen Zeit. Und wenn du dir das wirklich verinnerlichst, weißt du auch, dass dieser Seelenpartner, Dualseelenprozess, immer für dich ist, dass deine Seele immer für dich ist, dass deine Zweifel immer für dich sind, dass dein Seelenpartner immer für dich sind. Sieh die Chance, die dir darin geboten wird. Und das ist die Wahrheit eurer Zweifel. Zum einen der Türöffner, die Chance für etwas Neues und der Wegweiser endlich heilen zu dürfen. Ist das nicht schön? Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao vonau und wenn du unsere Hilfe brauchst, schau gerne auf unserer Webpage vorbei. www.annettbohrmeister.com Wir love you, du bist Magic, wir glauben an dich, deine Annett und Isi.